Ich über jede Gelegenheit mit euch zu reisen. Ein herzliches Lebewohl an unsere Retter. Da geht er hin. Erzähl es niemandem, aber ich habe ein paar neue Fragen. Ihr wagt es, mich anzugreifen? Ich habe nicht genug Abteinschaft. Wir haben es geschafft. Was ist mit diesem Grab geschehen? Die kalte Erde heißt die widerlichen Körper dieser erbarmungslosen Männer willkommen. Sie planten, ihr Leben durch verbotene Magie zu verlängern, zu einem großen und grausamen Preis für andere. Das Böse in ihnen näherte sich an sich selbst, bis es sie alle verzehrt hatte und sie sich am falschen Ende des Galgens wiederfanden. Ich danke euch dafür, dass ihr mir hier an diesem finsteren Ort zur Seite steht. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018